Max hat mich in der Mauer abgeschlägt. Ey, ist sogar ein besserer Spieler, ich fass es nicht. Ja warte, lass doch mal kurz rausgehen. Ich habe gerade eine Idee bekommen. Oh nein. Oh Gott. Ich muss den Namen nur upgraden. Die Intention dahinter bleibt gleich, aber ich muss ihn upgraden. Wenn es geht, ist es perfekt. Okay, und wie macht man das Trikot? Äh, ja keine Ahnung, hab den Clip nicht. Clip doch jetzt schnell. Ne, ich bin schon aus dem PS-Menü einmal gegangen. Du Vollidiot. Oh mein Gott. Jungs, seht ihr das? Bei laufender Saison steht eine Niederlage und neun Siege. Wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, dann haben wir nur Sieg stehen. Also Max, welche Farben hast du benutzt, weißt du es noch? Äh, lila, so ein etwas dunkleres Pink und weißes. Ein dunkles Lila oder ein helles Lila? Äh, dunkles Lila, dunkleres Pink. Nennt man das nicht dunkler, heißt das dunkleres? Natürlich heißt es dunkleres. Ich sag immer dunkleres. Ein dunkleres Pink. Ein dunkleres Pink. Ja, und was noch? Was war dritte Farbe? Äh, weiß. Dieser Wix-Fleck in der Mitte, der so von, äh, Hüfte zu Hüfte geht. Also nicht, äh, also, waagerecht. Nicht sämtlich, waagerecht. Ich hab, ich hab'n Wix-Fleck gefunden, der geht durchs ganze Trikot. Nee. Warte mal. Warte, kann ich dich nicht einfach facetimen und dann so gucken? Okay, warte, der Name, so geht schon mal der vorne. Jetzt muss ich noch einen kreativen Nachnamen nehmen. Warte, ich muss dich kurz facetimen, ich muss dich wissen, was du da gemacht hast. Ich hab'n nicht mal... Ja. Mach schnell! Ich hab'n nicht mal Internet an. Ich hab'n nicht mal Internet an. Ja, dann mach schnell an. Dann wieder aus. Dann wieder aus. Also. Also. Ähm. Oh Gott, was ist bei dir los? Also, welches? Kannst du... Kannst du bitte reden? Ja, nicht das! Was? Ja, ich geh' runter. Ist das überhaupt die richtigen Farben? Du musst auf das richtige Trikot kommen. Ja, okay. Das hat so von... Seite... Also, so'n waagerechten Wix-Fleck. Waagerecht? In der Mitte ist es so Art schwarz und waagerecht ist so'n Wix-Fleck. So oben und... Also, über und mittig so. Achso, ja gut, jetzt weiß ich, was du meinst. War da so'n weiß und dann in der Mitte war da so'n schwarz. Das ist so ne Bukak-Party. Keine Ahnung was das ist. Ja, das war... das war davor. Ich muss auch das ganze Bild sehen, du Fotze. Mein Gott, deine Qualität ist so kacke. Wir sind jetzt ganz oben. Warte, vielleicht ist es noch bei mir abgebildet. Stimmt. Wix-Fleck. Wie soll ich eigentlich ein Trikot suchen, wenn die Beschreibung Wix-Fleck ist? Legg doch meine Eier. Ja. Gerne. Ja, warte, ich muss das selber anpassen. Oh, ist das hier? Nein. So sieht das so gesehen aus. Ah, okay, 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 das finde ich. Warte, ich erstelle kurz die Farben so wie ich das hatte. Warte, dann kann ich euch die Farben zeigen. Warte, dann war das hier... Das Trikot ist so protestlich. War da so'n Wix-Fleck? Wo ist es weich? Da war so'n Wix-Fleck. Da... Dann war das so'n hässliches... Nee, das war so'n eher dunkleres Rot sieht das aus. Äh, warte, warte, ich zeig's doch gleich! Okay, dann muss aber die dritte Farbe Ding sein, oder? Diese Farbe. Du hast sekundär... Ach, du hast sekundär so'n Rot genommen, okay. Das ist die Primär. Das ist die Sekundär. Ach so, du hast sekundär weiß. Und Herr-Tier ist dann Tier. Genau. So, gut. Dann müssen wir alle einmal kurz die Pro-Cups lowly verlassen. Ja, das ist der Wix-Fleck. Ach so, auch das meinst du mit Wix-Fleck, dieses oben und unten reingewixte. Ja, gut. Und ich schwitze wie im Puma. Ich... Bah, sagt einfach nur Bah. Der Diss-Fleck. Wie er einfach nur Bah sagt. Alter, Jungs, wir haben einfach... Wir sind seit wieviel Spielen jetzt einfach ungeschlagen? Warte. Na, dieses Pädophil-Ding klappt nicht. Ich will Pädophil haben, das geht aber nicht. Kannst du nicht Pädophil so mit Buchstaben und Zahlen mischen? Ne, hab ich auch schon versucht. Ich hab alles versucht. Ach, nein. Kannst du's nicht mit richtig komischen... Du hast da zehn Minuten dran, Bruder. Kannst du nicht so Ä und Ö und sowas machen? Hab ich auch schon, geht nicht. So Pädophil. Allein, dass wir versuchen, einen Namen zu erstellen, der das Wort Pädophil enthält, sagt viel über uns aus. Ich weiß nicht, ob's gut ist, aber... Ja, nö. Es spricht Bänder. Was denn? Ich hab B gemacht, nicht? H... Ah, ja, ja, ja. Okay, während du da arbeitest, kann ich ja die Namen aufreiben. Ich hab... Fragrance, I love kids. Ich sehe, Markus Röhl. Ähm... Der Torwart Ralle. Ähm... Tiger 1. Man, so sieht's hässlich aus. Man, so sieht's hässlich aus. Fuck. Okay, das Wort Arsch darf man nicht schreiben. Was gibt's noch Wörter für den Arsch? Wie heißt dein Pro? Für den Arsch. Stimmt. Kennt jemand noch andere Wörter außer Po für den Arsch? Ähm... Hintern? Ja, das ist zu kacke. Das hört kacke an mit dem Namen. Ja, keine Ahnung. Kannst ja mal googlen. Oh, das klappt so. Ist ja auch gut. Vielleicht wird auch nur das Wort Kinder gefiltert und nicht... Ja, Kinder. Nee, das geht. Okay. Hahaha. Also, ich habe jetzt... Fragrance. I love kids. Easy E. Markus Röhl. Ralle. Ticker 1. Arbeit macht frei. Nick A. Anabolisch Dürin und Jesus von Nazareth. Proteinsniff. El de Pretadori. Jomo Schreiner. Kampfläspe. Fehlt nur noch Eichlert von Sack und... Ähm... Felix... Äh... Alexander Reiner Zufall, oder? Hexe? Bitte? Fehlt nur noch der, oder? Ich bin doch schon drin. Nein, ich... Es fehlt nur noch Eichlert von Sack und... Reiner Zufall. Gut, wir führen jetzt auch noch weiter Strichlässe. Äh... Momentan hat Isle of Kids eine gelbe. Fragrance zwei und eine rot. Easy und Markus Röhl sind ähm... glatt vom Platz geflogen. Das ist die Statistik. Es ist keine schlechte. Es ist aber auch eine, die ausgebaut werden kann. Wie konnte ich denn damals auf mein Trikot Hexe I love you schreiben, hä? Wird aber jetzt der Platz zu klein. Haben die das geändert, oder so? Macht aber keinen Sinn. Äh, dann... Kann sie Isle of Kids halten. Warte, wenn du gerade Isle of Kids hießt, halt doch genau dieselben Buchstaben wie... Isle of Hexe, oder was? Ne, Hexe I love you heiße ich halt. Ah ja, stimmt. Das konnte ich damals machen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr geht. Egal, ich hatte wessen Namen. Von mir? Ja, was haltet ihr von Kinder-U18-Bestäuber? Warum musst du eigentlich Kinder und U18 heißen? Ne, Kinder-Bestäuber wär zu Standard, oder? Oder soll ich Kinder-Bestäuber lassen? Ja, hast du recht. So, mit Wix-Trikots und Bestäuber im Sturm. Aufrichtung Division 4 Männer. Wähl sie aus. Brexit Monkeys. Wähl sie aus, schön. Hab ich, hab ich. Die Brexit Monkeys sind unsere nächsten Dinge. Boyle-Sport. This is betting. Haben wir die gemoddet, oder was sind das für Trikots? Ne, wahrscheinlich von irgendeinem real Ding. Boah, sind die hässlich. Sogar noch ingame. Sogar hinten immer noch den Wix vielleicht. Ja. Geil. Und man sieht die Nummer nicht richtig, weil ich vergessen hab, die Noten mit die Farbe zu ändern. Boah, ist das hässlich. Man sieht nur so'n bisschen die Nummer, die mittlere. Ich will dieses Trikot nie wieder ansehen. Ich möchte das abwechselnd tragen. Oh, Heimspieler noch. Boah, sind die kacke. Mit Ausländ-Trikots Heimspiel. Alter, sehen die brutal aus. Man erkennt die Nummer nicht mal. Boah. Der ist einfach blau. Einfach irgendwelche blauen Striche. Was geht's? Was ist das denn? Na, was ist das denn? Ich bin hinter dir. Jumbo. Mach mal ne Blackout. Schönes 1-2. Oh, was? Ich hab mich mal richtig krass geschossen. Oh nein, die spielen lange Bälle. Hab ich. Du musst ein Viereck drücken. Schön. Alles krass. Boah, schöne Annahme. Fragnels macht auch mit. Nicht du Wichser. Was ein Ball? Ah. Das war so ein Kackball. Ja, ich hab mich kurz hypen lassen. Entschuldigung. Ich mach dir nix vor, Bies. Ich weiß, dass du Down-Syndrom hast. Hahaha. 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 Ich wollte den coolen Ball schicken. Ich weiß, dass du kreisig eingeschränkt bist. Im März, du machst du im WM-Finale so einen Kackpass und sagst du, ich wollte dir halt einen coolen Pass schicken. Markus Thuram mit einem, mit seinem Schuss. Der wär auf TikTok, der wär auf TikTok dann besser angekommen. Boah, warte ein Ball jetzt aber. Nein, der war auch nicht geil. Ich lauf oben, ich muss meinen ganzen Lauf abbrechen, weil Bies aber immer nach innen zieht. Weil er Stimmungsschwankungen hat. Wie ist das kein Abseits-Schiedsrichter? Der ist auch nicht zurück, dieses Tor. Und die fotzen halt einfach nur den Ball nach. Oh ja, sieht der aus. Guck mal, ja, nur eine lange Flunte und Inshallah bei denen. Moose-Hita, was ist das? Moose-Hita, was? Ist das schon ein Name? Spiel den Ball ab, Max. Hexe nein. Hahaha. Ja, es hat geklappt. Oh Gott. Rückgabe. Wie kann er mit seinen riesen Beinen da nicht rankommen? Ich hab gar nicht versucht ranzukommen, weil ich mal abseits gewesen bin. Du skippst einfach Leg-Date. Ja, du anscheinend ja nicht. Du skippst einfach Leg-Date, du Wuren. Boah, was nen Kampf. Every day is Leg-Date, Bruder. Bies, du bist Xena, geh zurück! Ey, steht einfach auf Abseits-Linne. Nein, du bist linkes Z-OM, wir haben kein linkes Mittelfeld. Wo ist Hexe? Warum deckst du nicht den? Weil ich einen anderen gedeckt hab. Ach so. Du hast nur gedeckt, dass du dann auch mal außen stand. Oh Gott. Oh Gott. Oh Junge. Ja, hat geklappt. Flacke jetzt! Ja, bitte stopp. Oh mein Gott, ich hab trotzdem... Jaaa, was ein Ball! Der ist in Frita Dora, eigentlich mal wieder. Dies, ich bin ein Macher für dich. Hat dieses Spiel einfach abgelenkt. Das war aber übrigens nicht mal 4-Eck, das war einfach steifers. Boah, Alter, Wrestling. Vor allem, weil er hat die Stollen noch in dem Hinterkopf. Muss sein. Wie unnötig. Taktisches Foul. Inshallah, du kriegst noch roten Mügensohn. Ja, ähm, kurz einen Strich machen. Wisst ihr was geil ist? Peace darf heute nicht mehr beleidigen, egal was sie sagen. Ist es wirklich eine Sünde? Ist es wirklich eine Sünde? Ist es wirklich eine Sünde? Fasten darfst du nicht beleidigen, nicht schlagen und sonstige Kacke. Aber was macht er denn mit seiner Frau? Ein Typ, der richtig religiös ist, hat einfach weil er im Gym war Fasten gebrochen, weil er Wasser getrunken hat. Du musst nichts sagen. Ich wollte auf Nino spielen. Er sagt einen Mann, obwohl ich auf ihn gespielt habe. Du hast gar nichts gemacht. Ich hab's versucht, du. Ich spiele dir nie wieder den Ball. Nein, der Torwart wurde verstellt, das hättest du sehen müssen. Du hättest ja viel früher passen können. Deine Eier hätten viel früher passen können. Also. Boah, ich schau dir mal den Einsatz an bei beiden Mannschaften. Das war wichtig. So unnötig. Digga, die musste ich. Du hast die ganze Zeit mit deinen Pros wechselt. Einen Scheiß auf, die musste ich spielen. Du hast fünfmal mit den Gewechseldüten. Du hast fünfmal mit den Gewechseldüten. Außerdem ist das Gelb. Nein, ist es nicht. Du hast fünfmal mit den Pro gewechselt. Ich hab's noch kalt, Maul. 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 Ich hab's noch kalt. Ich hab's noch kalt, Maul. Ach, ja. Danke. Danke Jungs. Langer Ball. Zu früh. Nein, es war perfekt. Es war sogar perfekt. Da kommt das. Ja, das war nicht perfekt. Ist so schade. Vor allem, das Ding ist, die heißen ja Brexit, aber ich möchte denen zeigen, dass wir die Brexit-Mannschaft sind. Oh mein Gott, Biest. Es war schwerer, neben das Tor zu köpfen, als ins Tor. Du hast gar nichts gemacht, du hast einfach reingeschissen. Ja, sei mal herrlich. Du bist einfach kurz zu Eichel hat votiert mit seinem Kopf. Oh Gott. Warum? Ganz ehrlich, wer hättest du denen reingemacht, hätte ich dir aber auch einen Zehner gegeben. Hast du? Ja, schön. Ich mache einfach gerade den Cristiano Ronaldo. Ich habe die ganze Zeit nur nach hinten gegangen. Du machst den Messi. Messi arbeitet mir nach hinten rum. Ich gehe jetzt mal, Linus. Ich mache gar nichts. Messi läuft nur im Strafraum rum. Der darf gar nicht so viel reden, weil der sonst einfach verreckt. Was für ein Bescheid. Das ist ja wirklich so. Mach das auch mal, geh einfach nur, das macht viel mehr Spaß. Das macht viel mehr Spaß. Wenn er sich zu sehr bewegt, dann entsteht einfach Schleim in seinem Hals und dann erstickt der Typ einfach. So ein Kruppel ist der Typ. Und ich trage sie besser als Ronaldo. Das ist ja eine dicke Kruppel. Wie viele werden Titel? Max, gelb? I love kids kriegt eine gelbe. Ja, noch. Wie kommt dann? Clean shit, Alter. Stark. Au! Stark. Ich habe mich gefisst. Was soll ich die Kripte machen? Ich habe mich schon vom letzten Game. Ja, klar. Guck's. What the fuck? Lidia! Nein! Das war nicht meine Schuld. Den hast du. Meine Kruppel, was hat sie von Hexe jemals zeigen können? Ja, was ist mir... Warum? Bitte flieg vom Platz. Ich kann nichts dafür. Hans! Der hat die Folge in die Vagina gekriegt. Das ist ja rot. Was für... Was für Hand? Alles Schlimmes. Hat einen Koffer durchgewonnen. Ronaldo könnte... Boah! Fins hat geil, wie wir Ronaldo unmäßig einfach runter machen. Ja, aber der eine hat halt verdient, der andere nicht. Ja. Nein, eigentlich haben sie beide verdient. Eigentlich sind beide wirklich scheiße. Echt so? Mein Goal ist immer noch... Erling Haaland, Erling Haaland, größer als beide zusammen. Ja. Für mich ist auch Guido Burg... Barrios Bülter ist größer als beide zusammen. Digga, Simon Toror, der bessere Stürmer als Ronaldo es je sein konnte. Echt so? Guido Burgstader, der beste Fußballer, holt ein. Nein! Guido Burgstader, größer... Ne, warte. Penalde... Penalde... Penaldona... Penaldo... Pessi... Pulit... Was ist das für gute Schieße? Thierry Ponry... Besser als alle diese zusammen. Gerhard Puller... Und in der Endverteidigung, Digga... Henning the Goat Matriciani... Wer ist Franz Pennebauer? Oder Virgil van Penne... Oder Paldini... Ja, scheiß mal auf Paldini. Scheiß mal auf Peronport. Und Rale Fährmann ist auch besser als... Poyer. Manuel Poyer. Manuel Zuteuer. Manuel Zuteuer. Schöner Ballverlust-Biest. Einfach kein Einsatz. Manuel Zuteuer ist gleich ein geiler Name. Was hält Ball? Der kommt sogar an. Was hat der für eine Sprungkraft? Ist das ein schwarzer? Der kann auch Basketball spielen. Spielt Bar sogar in seiner Freizeit. Ja. Oh mein Gott. Schön. Ich glaub, Kobe Bryants Pilot wird vermisst. Nein, bitte nicht. Gut, dass die Fans nichts von ihm mitbekommen. Schöne Excel. Das gibt sogar Vorteil. Wir kriegen sogar Vorteil. Wir kriegen sogar Vorteil. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So eine Schweife, Alter. Dieses AIB hinfliegen. Oh ja. Oh ja. Mir ist echt wie so ein Cartoon-Charakter gefallen. Oh nein. Oh nein. Hey. Ja, mit grünen Time-Finish wäre da reingegangen. Er war aber aufs Tor. Nicht so wie die von Felix. Oh nein. Er hat sich gezerrt. 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 Das ist kein cooles als erster Pfosten. Du Hubel. Du geistig eingeschränkter Magier, Digga. Magier? Was ist das? Was ist das? Setz dich mal auf die Seitenlinie hier. Die Zerrung. Ja, ich wollte grad sagen. Setz dich mal raus. Trinkenschluck. Oh, schön. Die Zerrung. Oh Gott. So grosses. Boah, Alter. Voll ins Gesicht. Voll ins Gesicht. Was macht der Keeper? Boah, Alter. Was ist hier los? Das ist kein Abseits, Vertrau, boah, der Abseits, was ist hier los, Hexe deckt ihn noch da. Der war fair, was? Ich hab schon die rote vor mir gesehen. Ich auch. War vorne den Ball an, Alter. Du hast Balls umgehauen. Ey, dieses Spiel schon wieder. Keine Balls in der Dors, in der Dors, in der Dors. Abseits. Hint den Song nicht? Ja klar. Boah! Fickt ihn. In die Mitte. Hexe, da einen Moment. Strahl für mich. Ich werd nicht anvisiert. Vorbeigesprungen. Wir haben nur gerade nach oben gesprungen. Mit null Elan, mit null Energie. Einfach nur so hopp. Schön rübergehoppelt. Nein, bitte nicht. Oh Mann, Biest! Da hättest du ganz ehrlich jetzt mal einfach schießen können. Ich hab keinen Unterschied gemacht. Warum läufst du eigentlich überall hin, wo ich bin, Biest? Bewegt doch deine eigene Position! Er mag den Kontakt. Ja! Er hat ihn weggeworfen! Ja! Das war so ein Faul, Alter. Das war so ein Stürmer-Faul. Machst du ein Love-View? Machst du? War es gar kein Stürmer-Faul? Ja! Boah! Wahrscheinlich! Wie, Alter? Ich bin sechsmal so schwerhaft. Zack! Sechsmal? 23 Mal? Ich kann das doch bitte von mir stemmen. Ich muss pissen. Einer hat das Zwölffache. Bisschen so eine Ameise. Unser Ball! Ja! Wie wir das Spiel gewinnen, ist so ein Rätsel, Alter. Ich grätsche wieder. Mann! Keine Gnade! Keine Gnade! Boah! Warum mit zwei Füßen, Alter? Nicht mal so ein Standbein genommen. Oh! Schiedsrichter! Oh! Oh! Rudelbildung, Jungs! Da kommt Jump! Oh! Wieso stehen die beiden einfach nur da? Weil die schon gelb haben. Stimmt! Nee! Gar noch nicht, Joe! Fragrant, aber! Can I put my Jaws in your bones? Jeremy Fragrant, schön rübergelegt! Jetzt geht ihr, macht die Meda! Lidia! Der hoppelt ein bisschen. Jungs, der Rasen ist nicht eben. Boah, schön! Biss, du musst immer lernen, dich nicht an unsere Leute zu stellen, sondern einen eigenen Raum zu entdecken. Spielen! Was für ein Ding? Oh Gott! Super Abschluss! Der andere ging eben rein, der geklippt werden muss. Jaja, ich lasse sogar heute noch hoch, Alter, ich habe richtig Spaß. Boah, schön nach TikTok, ne? Ja, aber nicht heute... Du musst den TikTok-Kanal mal wieder fittern! Ja, ich weiß, heute mache ich TikTok und YouTube. YouTube? Denka, Jumbo springt dem Bad vorbei. Abseits! 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 F! Also... Fußball-Mafia der AFB, mehr sage ich dazu nicht. Was ist denn mit Schwitzen, dieser Glatzkopf, Alter, ist ja widerlich! Ganz aber echt! Ganz aber echt! Der Arme! Boah, der White-Frage... Ja, hier, schön! Ah, sorry! Nicht schön! Ne, das hätte ich nicht. Und jetzt bestraft uns die Rote von Markus Rühl! Und jetzt bestraft uns die Rote im Endgame für Markus Rühl! Das fass ich nicht! Alles nach vorne jetzt werfen! Oh nein, der ist gekrebst, passiert der Arme! Peter! Jungs! Ich spiel nicht auf mich! Ich spiel nicht auf mich! Du hast den Anstoß! Ja, spielt jetzt nicht auf mich! Boah, der wollte dich gerade umgerätschen! Jungs! Falsches konzentrieren können! Oh, was ist denn bei? Warum?! Nehm ihn doch an! Es ist der An... Jawoll! Hahn! Jetzt geht's ab! Jetzt gewinnen wir noch! Worauf warten wir denn noch? Auf geht's, Freunde! Abfühlen! Das hätte ich ja fast vergessen! Da wird das Trick-Kuckisch erscheint, müssen wir zuerst den Zauberspruch sprechen! Nutte! Nuttensohn! Jetzt alle zusammen! Achtung! Oh! Schade! 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 Mach ihn jetzt! es hat geholfen ich habe gerade ein richtiges Müller-Tor gemacht es hat gemüllert Jungs! Wichtiger Punkt!